Und schon wieder lauf ich in die falsche Richtung. Die Bezahlange fällt bei Übergabe. Die Vorleiter sind fast komplett. Firebird sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt, aber ich fühl's dir das wirklich ganz einfach. Vielleicht hilft uns Black November. Ja, schon wieder falsch gelaufen, Jungs. Was ist denn hier los? Ja, aber wie soll ich denn das nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn du mir nur 40 Sekunden Zeit gibst? Und ich bin voll der Frischling hier. Scheiße. Ja, ich versteh's. Sofort. Der Bestimmungsort des Paketes wurde hochgeladen. Ich seh ein A. Ist jetzt dieser Ort? Ich hoffe doch. Jetzt lauf doch. Lauf. Äh. 18 Sekunden. 18 Sekunden. Ne, schau ich wieder nicht. Wohohoho. Wohoho. Wohoho. Das war knapp, du. Wer bist du? Bist du auch so ein Runner? Riechen wir mal in meiner Socke hier. Ist gut. Du sollst an meiner Socke riechen. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Story weiter, oder? Eine Mission muss ich wenigstens noch abschließen für euch. So. Oh, da ist Strom. Was ist das? Hackbares Werbedisplay. Ah, das klingt lustig. Das machen wir gleich. Liefermission. Standard Kit. Ah, aber da ist dieser Robo. Ja, okay. Aber du musst dich ja komplett zurück. Ah, das Standard Kit ist wahrscheinlich da, wo ich angefangen habe. Ja, ja. Klingt danach. Ah, zuerst das Hackbares Display. Das klingt cool. Deswegen machen wir das jetzt. Da, wo geht's da hin? Machen wir mal hier. Dann gehen wir wieder zurück. Also Jungs, wer auf sowas steht, oder ihr Mädels, wer auf sowas steht, solche Spiele, sollte sich das echt besorgen. So ein paar Cool Shit und so. Wer Musik noch nebenbei gern hört beim Zocken. Richtig geiles Zeug. Wie komm ich da hoch? Oh, da kommt was zu entdecken. Oh, da kommt was zu entdecken. Ach so, das sind sowas wie sammelbare Items. Auf geht's nach oben. Wir hacken das Ding. Jetzt bin ich gespannt. 7 100 150 EP erhalten. Okay, Paddy Lass SOLIDLY Wir müssen jetzt mal runter. Okay, ey! Ja genau. Boah, das war too much. Schon wieder too much. Das grosse Höher Schwung behalten, indem du dich abrollst. Okay, es ist immer noch gehackt und sah nicht so sexy aus, aber das hier. Was piepst denn da hier? Hört ihr das auch? Ah, hier war das nicht. Haha, Kamera! Kick die! Kick die Kamera! Okay, geht nicht. Na gut, ich mach mal den Wegpunkt, weil wir müssen ja endlich mal zu dem Homie hier, oder was ist das? Ah, Liefermission. Na ja, mach mal ja, wie gesagt. Zu dem Homie hier. Wuuu, das macht Spass. Boah, ist ja nicht das in real life war. Gott würde das Gaudi machen. Oh, ja. Bad time flow! Oh, ja. Wenn du bei Bergman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogan in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Okay. Okay. Ah, diese Stelle rennt mich irgendwie an die erste, ähm, an das erste Spiel, die erste Mission. Oh, jetzt hab ich weggedrückt. Scheiße, hast du schnell gedrückt. Okay, schauen wir uns noch die Cutscene nochmal. Ich bin jetzt leise. Hey, ganz ruhig. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Ach, du machst ein Nickerchen. Was machen doch alte Leute so? Pass auf, was du sagst, Faith. Taubenmann! Ich schätze mehr als zwei friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich ja auch von nichts. Er erinnert mich irgendwie an Arnold? War das nicht Arnold, der Taubenmann? Aber ich hab einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde! Ratten der Lüfter. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich. Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb versteh ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Ich in dem Umbertment will, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihn früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. Dann werde ich es wohl auch tun. Und noch was Faith. Die markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Es gibt die beiden in der Stadt Rennen, die von anderen Runnern erstellt wurden. Absolviere sie so schnell wie möglich. Nehme Abkürzungen, wenn sie sich bitten. Und finde heraus, wie du dich in den Bichten müssen schlägst. Oh cool, gegen andere Spieler kann man wohl seine eigenen Sachen kreieren oder was. Das ist ja nice, ey. Das ist ja echt nice. Und Startlinie, also so ein flüssiger Start nehme ich mal an. Flüssiger? Fliegender. Ja, genau. Na dann, los geht's. Mein erster Versuch. Ab in den Tod. Wir laufen jetzt einfach mal direkt nach dem Pfeilen, weil dann... Ja, von der Höhe zu fallen ist schon schwach. Da wären wir ja. Es geht weiter. Behalte den Flow. Behalte den Flow. Naja, das kann ich besser, Jungs. Das kann ich besser. Das ist aber schwach. Wow, Magic, ey. Woody, Active Boss, The Catalyst, Daps Boy. Alles Leute, die ich nicht in meiner FL habe. Und der krasseste hat das in 19 Sekunden 62 gemacht. Läuft bei denen. Der hat doch Hex an, der Junge. Scheiße. Heftig. Heftig. Machen wir mal einen Neustart. Ich will mal wenigstens ein bisschen besser werden. Ab geht die Post. Ballrun. Um das, was schneller ist. Schauen wir mal, wie ich mich schlaue. Die Tür ist schon offen. Oh, wenigstens drei Sterne geschafft, du. Neue Bestzeit. Tja. Ah, ja, da ändert sich schon. Athena. Top 40%. Na, was wäre das? Das ist doch schon mal was. Birdman's Route. Ja, ich glaube, wenn ich hier ein bisschen länger... Ich glaube, man muss sie einfach mal ausprobieren und ein paar Mal erstmal richtig schlechte Zeiten haben, um dann auch mal die Abkürzung zu wissen und dann die richtig gute Zeit hinzulegen. So. Diese Beförderung Plastik 2. Plastik 2. Oh Gott, ey, wie weit geht's denn nach oben? Oh, was ist das? Das muss ich einsammeln. Ne, ne. Ne, missionar Kurier in Dash Standart in Great Leaks. Ach so. Ja, nice, was ist das? Dash, Badman's Route. romanticizar. Highroll Avenue. Standard Kit. Standard Kit. Was soll dieses Standard Kit? Ich verstehe das nicht. Die Ampulle. Das Clip. Zerbrechungslieferung-Gelegenheit. so jungs das war ja die erste mission den rest machen wir dann später weil das war jetzt die fünfte folge nein 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 die sechste scheiße man kommt schon durcheinander das war jetzt die sechste folge und in der siebte machen wir dann weiter also wenn es euch gefällt und ich gutes feedback bekommen von euch so komitare oder nachrichten wie auch immer dann spiele ich das spiel komplett zu ende durch als zumindest die store mission weil scheinbar gibt es hier voll viele nebenmissionen und so ich weiß nicht ob das so sind macht mit uns aber zumindest die story spiele ich euch mit euch zusammen durch und wird das wird das dann immer so hochladen sukzessive ich finde das spiel echt hammer bis jetzt so und folge zum entspannen mal abwechslung ja zur rainbow also benutzt den daumen abonniert bis zum nächsten mal